Die G7-Staaten haben gedacht, sie sind ganz besonders schlau und sie haben beschlossen, dass Russland sein Öl weltweit nur noch für maximal 60 Dollar pro Barrel verkaufen darf. Das Ganze hat nur leider nicht geklappt. Jetzt kommen Russland und Saudi-Arabien und drosseln die Ölproduktion und der Ölpreis ist schon wieder auf einem neuen Jahreshoch. Und das kann Folgen haben für die Inflation, für die Leitzinsen, für die Notenbankenpolitik, für die Weltwirtschaft und für die Börsen. Die USA sind eigentlich ja schon wieder mitten im Wahlkampf und die Republikaner, die haben ein ganz neues Werbemedium. Man sieht es an jeder Ecke und trotzdem, es kostet die Republikaner keinen Cent. Es sind die Tankstellenpreistafeln. Sie stehen im ganzen Land und jedem, der vorbeifährt, rufen sie zu, wähl Donald Trump. Warum? Joe Biden wird ja nicht müde, immer wieder zu sagen, meine Politik funktioniert, wir haben Wachstum und gleichzeitig geht die Inflation zurück. Aber sobald die Amerikaner an irgendeiner Tankstelle vorbeifahren, da sehen sie plötzlich, oh, es ist ja doch schon wieder sauteuer hier zu tanken. Und da sind sie auch sehr, sehr empfindlich. Und gleichzeitig hat die Biden-Regierung ja zum Beispiel auch in Alaska jetzt wieder Ölprojekte gestoppt. Und normalerweise würden das viele auch wahrscheinlich ganz gut finden. Aber jetzt sagt eben Donald Trump in Interviews, die Biden-Regierungen, die nehmen Umweltschutz nur als Vorwand, um Menschen zu zerstören. Und dafür kriegt er dann auch viel Beifall. Und da spielt es auch keine Rolle, dass die amerikanische Ölproduktion im Moment so hoch ist wie noch nie. Und es spielt auch keine Rolle, dass natürlich letztes Jahr nach dem Ukraine-Schock die Preise noch viel höher waren. Die Amerikaner haben eben jetzt gehofft dieses Jahr, dass das Ganze jetzt langsam mal vorbei ist. Und das ist es aber nicht und dementsprechend sehen auch die Schlagzeilen aus. Tankstellenpreis für diese Jahreszeit so hoch wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Wo soll das enden? Bevor wir jetzt zum Öl an sich kommen, kurz nochmal was zu meinem letzten Video. Da ging es ja über die Sendung von Jan Böhmermann, in der er Goldanleger mehr oder weniger als Nazis bezeichnet hat. Drei Dinge habe ich gelernt hier aus den Kommentaren. Erstens, Jan Böhmermann ist anscheinend gar nicht so bei allen besonders beliebt, wie man immer denkt. Zweitens, meine Gesangskarriere hänge ich wahrscheinlich an den Nagel. Und drittens, es gibt Widerspruch, wenn man hier sagt, auch der Wert von Gold ist möglicherweise nicht absolut, sondern auch der hat vielleicht was Subjektives. Das ist ein hochinteressantes Thema, finde ich. Und Sie haben ja völlig recht, auch Gold wird ja gebraucht in der Industrie zum Beispiel, wegen bestimmter Eigenschaften. Das ist aber nur ein Bruchteil. Letzten Endes wird Gold eben hauptsächlich gesehen als ultimatives monetäres Metall. Aber warum ausgerechnet Gold und zum Beispiel nicht Platin? Platin ist auch ein Edelmetall. Es ist auch sehr beständig. Es wird in der Industrie sogar noch viel mehr gebraucht. Und trotzdem ist es stark aus der Mode gekommen bei den Anlegern. Hier der 25-Jahres-Chart von seinem Hoch Anfang 2008. Da hat er sich mehr als halbiert. Trotz allem, was seitdem ja passiert ist. Und man hat auch ein bisschen den Eindruck, es hat sein Edelmetall-Nimbus verloren, gerade weil auch die Industrienachfrage so hoch ist. Das ist eigentlich ziemlich unfair. Und ich habe hier vor einiger Zeit ja mal gesagt, ich sehe bei Platin wieder Chancen und Potenzial. Bis jetzt hat sich da aber noch nichts getan. Obwohl man davon ausgeht inzwischen, dass der Markt dieses Jahr so stark unterversorgt sein wird, wie noch nie zuvor. Und darum habe ich mir eben Platin nochmal angeschaut. Und Sie kriegen diese Woche eine Hauspost zu dem Thema. Das ist unser Gratis-Report diese Woche. Kann Platin jetzt langsam endlich mal wieder steigen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und wenn Sie die Hauspost noch nicht kriegen, Sie können sie kostenlos bekommen auf www.heinrichs-hauspost.de. Ich finde das Thema ganz spannend. Vielleicht ja Sie auch. Aber zurück zum Öl. Hier haben wir Brennöl in Dollar die letzten zwei Jahre. Der Chart ist von TradingView. Am Anfang vom Ukraine-Krieg, da waren wir bei fast 130 Dollar. Und seit Juni letztes Jahr haben wir dann aber auch wieder diesen starken Kursverfall gehabt. Sodass wir diesen Juni dann nur noch bei 70 Dollar ungefähr waren. Und in dieser Korrektur, da hat es aber die ganze Zeit Analysten gegeben, die immer gesagt haben, Öl ist viel zu billig. Es gibt zu wenig Öl, es ist viel zu wenig investiert worden in die Erschließung von neuen Ölvorkommen. Aber wie es eben immer so ist, gleichzeitig hat man eben auch Angst gehabt. Angst vor einem globalen Nachfragerückgang, speziell in China. Und das war bei anderen Rohstoffen ja auch so. Und das ist es auch noch immer. Nur plötzlich dreht Öl eben wieder nach oben, ist von seinem Tiefet schon wieder 25% im Plus. Und es ist auch die letzten Tage weiter gestiegen, obwohl die Aktienmärkte ja gleichzeitig mehr oder weniger runtergegangen sind. Es ist gestiegen auf über 90 Dollar und damit ist es jetzt auch schon wieder auf dem höchsten Stand in diesem Jahr. Zwei Dinge sind passiert. Erstens, wir wissen jetzt, dass der globale Ölverbrauch auf einen neuen Rekord gestiegen ist. Die Internationale Energieagentur, die hat gemeldet, er war im Juni erstmals bei über 103 Millionen Barrel pro Tag. Trotz Wachstumsschwäche in China, trotz Wachstumsschwäche in Europa, trotz Elektroautos und trotz Wind- und Sonnenenergie. Das ist ja auch so ein Thema, wo ja viele schon seit Jahren sagen, wegen der Elektroautos und wegen der alternativen Energien, da wird der Ölverbrauch zurückgehen. Er tut es aber nicht, zumindest nicht bis jetzt. Und das zweite war, Russland und Saudi-Arabien haben gesagt, dass sie bei ihren Produktionsdrosselungen bleiben werden von 1,3 Millionen Barrel pro Tag. Obwohl wir ja jetzt im Norden wieder im Winter kommen. Sie halten also das Angebot knapp. Und das hat wahrscheinlich Folgen. Hier haben wir die Inflation in den USA. Letzten Sommer war sie bei über 9%. Inzwischen ist sie ja nur noch bei 3,2%. Das war im Juli. Und ich glaube auch, man kann mit gutem Gewissen sagen, die Rally an den Börsen seit einem Dreivierteljahr, die haben wir zu einem guten Teil darum, weil eben die Inflation irgendwie wieder zurückgeht. Das war das E, A und O eben. Die Hoffnung, das normalisiert sich eben irgendwann mal wieder. Irgendwann werden die Leitzinsen dann auch wieder gesenkt und wir haben das alles bald hinter uns. Aber steigende Energiepreise, die können das jetzt unterminieren. Und hier bei uns ist es ja sowieso noch alles viel schlimmer. Hier haben wir die Inflation in Deutschland. Die ist ja immer noch bei 6,1% und gleichzeitig haben wir hier ja auch schon kein Wachstum mehr seit einiger Zeit. Und trotzdem ist der DAX witzigerweise nur 4% unter seinem Rekordhoch. Und es ist schon klar, die Energiepreise sind nicht mehr der einzige Grund für Inflation. Aber, dass die Energiepreise so stark gefallen sind im Vergleich zum Vorjahr, das war schon ein wesentlicher Grund dafür, dass insgesamt die Inflation zurückgegangen ist. Weil bei anderen Dingen wie Löhne, Lebensmittel, Dienstleistungen, Gastronomie und so weiter, da geht es ja immer noch nach oben. Und das ist der Punkt. Der Ölpreis ist jetzt eben wieder genauso hoch wie vor einem Jahr. Und wenn diese Entlastung jetzt auch wegfällt, dann könnte man ja auf die Idee kommen am Markt, dass die Inflation insgesamt vielleicht doch hartnäckiger sein könnte, als man denkt. Und an den Börsen hat man aber inzwischen natürlich schon so eine Art Traum-Szenario eingepreist. Und für dieses Traum-Szenario, das wir dann so vielleicht nicht kriegen, könnte es eng werden jetzt. Und wir haben es eben auch nicht selber in der Hand. Der Ölpreis hängt eben auch stark von OPEC Plus ab. Und das sind zur Zeit vor allem diese beiden. Putin und MBS. Mohammed bin Salman, der Kronprinz und der starke Mann in Saudi-Arabien. Es sind hauptsächlich Russland und Saudi-Arabien, die die Produktion runtergefahren haben jetzt. Und speziell in den USA, da sieht man das aber als Schlag ins Gesicht. Bei Russland ist der Fall ziemlich klar. Russland muss auf den Westen jetzt keine große Rücksicht mehr nehmen. Es will jetzt einfach wieder einen höheren Ölpreis. Und der Westen hat ja unglaubliche Angst davor gehabt, dass wegen der Sanktionen, die er verhängt hat, dass da unter Umständen viel weniger russisches Öl auf den Markt kommt. Und darum hat man gesagt, Russland soll ja bitte sein Öl verkaufen. Aber dafür darf es auch bei allen anderen Ländern, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen, nicht mehr Geld kriegen als 60 Dollar pro Barrel. Und das hat aber, wie gesagt, eben nicht funktioniert. Eurosöl wird jetzt gehandelt zu ungefähr 76 Dollar. Das ist zwar immer noch ein deutlicher Abschlag zu Brand und zu WTI, aber trotzdem ist es eben viel höher als diese 60 Dollar, die man durchsetzen wollte. Und Russland beliefert jetzt auch viel stärker zum Beispiel China und Indien. Und dadurch wird woanders mehr Öl frei wieder für Europa. Europa profitiert davon also auch. Aber es geht eben auch immer noch richtiges russisches Öl nach Europa über Indien zum Beispiel. Da wird Benzin und Diesel draus gemacht und weiter nach Europa verkauft. Wo es dann nach EU-Verordnung 833 2014 indisches Benzin und Diesel ist plötzlich. Und für die indischen Raffinerien ist das Ganze derart profitabel, dass die indische Regierung jetzt ein Gesetz erlassen hat, dass die doch bitte erst den Binnenmarkt versorgen sollen, bevor sie alles wegschippern dann nach Europa. Und gleichzeitig ist die EU aber sehr, sehr unzufrieden mit Indien, weil es diese Sanktionen eben auch nicht mitmacht. Obwohl beide Seiten profitieren davon, von diesem großen Öl-Hütchen-Spiel. Und hier haben wir schon die gesetzlosen Freibeuter der Meere jetzt auf dem G20-Gipfel. Links der rote Corsair, rechts der Tiger von Eschnapur. Ein G20-Gipfel, das ist ein Gipfel, auf dem man sich trifft, um eine Abschlusserklärung zu schreiben, die man ohne den Gipfel gar nicht hätte schreiben müssen. Und weil das aber so aus russischer Sicht ohne Probleme alles läuft und das russische Öl auch ohne Probleme nach wie vor auf den Markt kommt, darum drosselt Russland jetzt auch seine Produktion, damit der Ölpreis wieder steigt. Bei den Saudis ist es nicht ganz so einfach. Die Saudis führen ja die OPEC seit Jahrzehnten an. Und sie haben immer eigentlich penibel darauf geachtet, dass der Ölpreis ausgewogen ist. Also nicht zu wenig, aber eben auch nicht zu viel, weil er sonst die Weltwirtschaft abwirkt. Und bis 2004, da war dieser ausgewogene Ölpreis immer unter 40 Dollar. Und zehn Jahre später, da haben sie den Preis sogar nochmal absichtlich stark runtergedrückt, weil sie der amerikanischen Fracking-Konkurrenz schaden wollten. Und diesmal haben sie wieder gesagt, wir wollen ja nur einen fairen, ausgewogenen Ölpreis. Aber jetzt sind 70 Dollar noch zu wenig. Woran liegt das? An der Inflation, klar, Rennpferde, Falken, Lamborghinis, alles wird teurer, auch Tanken wird teurer. Da muss man den Ölpreis schon auch mal anheben. Es ist aber auch so, dass Saudi-Arabien, das Land, das früher mit 20, 30 Dollar pro Barrel gut ausgekommen ist, das gibt es nicht mehr. Bin al-Salman ist sehr ehrgeizig. Es gibt zum Beispiel das Megastadtprojekt Nihon, die supermoderne Stadt der Zukunft. Und es gibt eben in Saudi-Arabien jetzt auch große Wirtschaftsprogramme. Es gibt hohe Sozialleistungen. Und hier noch im Grunde der eigentliche Grund für den hohen Ölpreis. Cristiano Ronaldo und die ganzen anderen Fußballer, die man für ein Schweinegeld nach Saudi-Arabien geholt hat. Brot und Spiele eben. Man hat gemerkt, dass man den Leuten jetzt was bieten muss. Man kann ja auch nicht jeden Tag irgendwo jemanden öffentlich hinrichten. Jedenfalls seit 2014 hat Saudi-Arabien fast jedes Jahr ein Haushaltsdefizit eingefahren, plötzlich. Es braucht jetzt Geld. Das ist mal das eine. Und das andere ist aber eben auch, früher wäre so eine Produktionsdrosselung in einer Zeit, in der viele westliche Länder ja eine schwierige Lage haben. Das wäre wirklich relativ undenkbar gewesen. Aber 2018 war eben die Ermordung von Jamal Khashoggi. Joe Biden hat daraufhin im Wahlkampf erklärt, er wird Saudi-Arabien wie einen Paria-Staat behandeln. Letztes Jahr ist er dann doch nach Saudi-Arabien gereist, was für Bin Salman ein Triumph war dann. Aber letzten Endes, das Verhältnis hat sich verschlechtert. Und gleichzeitig schmeißt sich aber China ran an Saudi-Arabien. Es ist inzwischen auch ein viel wichtigerer Ölkunde da inzwischen. Und es hat er auch zwischen Saudi-Arabien und dem Iran vermittelt zum Beispiel. Das ist eine diplomatische Revolution schon fast. Und Saudi-Arabien und China wickeln jetzt auch zum Teil Ölverkäufe schon in Yuan ab und nicht mehr in US-Dollar. Und das heißt, Saudi-Arabien ist jetzt vielleicht nicht auf dem Kriegspfad gegenüber den USA. Aber es wird doch immer weniger Rücksicht nehmen auf westliche Befindlichkeiten. Ist in der Tendenz keine gute Nachricht für Länder, die auf Öl angewiesen sind. Ist aber vielleicht schon eine gute Nachricht unter Umständen für Anleger. Hier haben wir zum Beispiel die Aktie von Shell, ein Klassiker, die letzten 5 Jahre. In Euro jetzt auf einem neuen Mehrjährigen hoch. Die Aktie war jetzt vielleicht kein Outperformer, Outperformer die letzten 12 Monate. Aber sie ist weiter gestiegen, obwohl der Ölpreis zum Teil ja stark korrigiert hat zwischenzeitlich. Weil man am Markt ja sowieso nicht geglaubt hat, dass er immer so weit oben bleibt. Und das gleiche mit BP, British Petrol, auch da eine gute Kursentwicklung. Oder auch SeaNook, ein großer Ölförderer aus China. China-Aktien sind stark gefallen die letzten Jahre, SeaNook ist aber gestiegen. Und Öl-Aktien sind immer noch interessant. Nicht, weil Öl jetzt zwangsläufig irgendwie durch die Decke gehen muss. Die Wachstumssorgen, die wir haben, die belastet haben, die sind schon immer noch auch da. Ja, aber diese mittelfristige Study, dass die Vorkommen wahrscheinlich doch ein bisschen zu knapp sind für die Zukunft. Die haben wir eben auch noch. Und anders als bei vielen anderen Rohstoffen ist es aber eher auch so. Öl ist auch ein politischer Rohstoff, der von einem Förderkartell mit kontrolliert wird. Wo die Länder eben inzwischen sagen, auch ein Preis von 70 Dollar ist inzwischen nicht mehr hinnehmbar. Und das sichert Öl eben auch zum Teil nach unten ab. Und ein, zwei Öl-Aktien im Depot sind darum meiner Meinung nach auch kein Fehler. Weil ein weiter steigender Ölpreis die Börsen wahrscheinlich insgesamt jetzt eher belasten wird. Und die einzigen Profiteure davon sind eben die Ölkonzerne. Und Cristiano Ronaldo natürlich. Darum, wenn Sie das nächste Mal Fanartikel kaufen. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo Unterhosen hier im Zweierpark zum Supersparpreis von nur 21,90 Euro. Und wahrscheinlich noch nicht mal getragen. Aber dann fragen Sie sich auch, ob Sie beim Tanken oder bei Ihrem Heizölhändler inzwischen nicht schon genug abdrücken für Cristiano Ronaldo. Und die ganzen anderen Stars der neuen Fußballgroßmacht Saudi-Arabien. Da lobt man sich doch Heinrichs Hauspost. Die ist nämlich gratis. Diese Woche zur Lage bei Platin, wie gesagt. Denken Sie dran, dass Sie sich noch rechtzeitig dafür eintragen. Auf www.heinrichs-hauspost.de Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.